Untertitelung des ZDF, 2020 und kaufe dieses Buch für Tante Lucy. Hallo, Fensterputzer. Au. Bist du sicher, dass du für die Arbeitswelt bereit bist, Pennington? Das ist Phoenix Buchanan. Dads Lieblingsschauspieler. Ich nehme an, du weißt, wer ich bin. Oh ja, sie sind ein sehr berühmter Schauspieler. VIP, eine Berühmtheit. Oder waren es früher einmal? Jetzt drehen sie Werbespots für Hundefutter. Dieses Pop-Up-Buch. Wo in aller Welt hast du es gefunden? Mr. Grubers Antiquitätengeschäft. Stehen bleiben! Ein Dieb! Keine Bewegung! Aber ich bin nicht der Dieb! Geheimnisvolle Dinge geschehen in der ganzen Stadt. Wir sind wieder reich. Vielleicht sehe ich ja aus wie ein abgebrieter Verbrecher, aber ich bin unschuldig. Wir brauchen einen idiotensicheren Plan. Wenn jemand einen Verbrecher erkennen kann, sind wir das. Er ist ein Meister der Tarnung. Das ist nichts anderes als Einbruch. Es ist doch gar nichts zu Bruch gegangen. Wo soll's denn hingehen, Bär? Herr Lincoln würde nicht zögern, wenn irgendeiner von uns Hilfe bräuchte. Er sucht das Gute in uns allen. Arangenmarmelade? Oh! Hereinspaziert! Na los, Wolfi! Au! Hierinspaziert! 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 Hierinspaziert!